Oh Mist Da Oh hier ist so ein Raketenwerfer Echt? Ja da war so ein Raketenwerfer Aber du gehörst ja zu uns Ich wollte grad schon auf dich schießen Da bin ich schon wieder gepottet worden Zur Seite Platz für den Helden Ja, ich bin Held, lass mich durch Lass mich Arzt, ich bin durch Falsch verlaufen Lass mich durch Boah, der Raketenwerfer ist so krass von den Aliens 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 Oh krass Hat ne Aussicht Da ist der Ghost Hallo Hallo Ah, schade, dass die Raketen so lange brauchen Der ist ja noch aktiv Ja hier ist ein Bild aktiv Oder Ah genau Ich stehe noch zwei Echt? Na gut Ich habe jetzt wieder hier rechts Ne du auch Oh ja Oh cool Ich stehe noch mal welche Ich glaube die wollten dass wir auf jeden Fall Gebieter jetzt Spitz vor machen Nein ich habe das geschützt geht Schützt es down Moment hier sind auch gegnerische Ghosts So da waren Loops of Ghosts Oh hört auf Granaten zu werfen das ist doch scheiße Echt Gegner Machen einfach etwas was effektiv ist Ich brauche den Schub nicht Ich weiß nicht ob man einen Schub hat Lass mich Wir werden bis drei passieren Boah wie viel hier Ja aber hier ist vorne noch ein neuer Oh lololoi Nein Alter Vater jetzt hat mich so ein abgefuckter Affe Tatsächlich im Rage Modus Vom Ghost geholt Beziehungsweise hat er den ganzen Ghost kaputt gemacht Oh ok What the fuck Das hat sein So wie bei dir by the way Den habe ich nicht gesehen Nicht mehr gut der Sternenrecken vor mir Aber den habe ich trotzdem nicht gesehen Guck mal wie sie da aus der Ecke kamen Nix können die ja Schütze ist auch wieder Du Du schießt den Nipper auch Loin Alter Vater Loin Auf zu spawnen hier für Gegner Und das ist jetzt unser Ghost Das ist unser Ghost Weiter geht's Jetzt kommen wieder die Crazy Apes Aber hier kommt gerade gar nichts Oh hier müssen wir da nicht weiter Oh so weiter Vorne sind sie Oh ich muss Texturen nachladen Oh verreckt Irgendwie müssen wir uns immer noch nicht so richtig gegen die Brutes verteidigen an sich Eigentlich bekämpfen wir die gerade mehr so aktiv Ja Ich frage mich wirklich woher dieser Hintergrundfehler da kommt Ja weiß ich auch nicht Das drückt so ein bisschen das Spiel erleben Oh hier fährt man nur im Kreis Wo bist du denn Loin was ist das denn für Ding Aber sowas von Aua Oh ja Weißt du was Wo ist der denn Die haben gerade kaputt gemacht Oh die Möchte gerade snacken Egal Okay 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 So schnell Boah noch Generierung So Alter Vater Von dir sind denn hier Ah kommst du jetzt von hier Da bin ich doch Da bist du doch Bam So hast du jetzt hier eigentlich noch irgendein Fahrzeug am Start Nee sind alle kaputt Aber das ist jetzt natürlich übel What the fuck war dat denn Ich weiß jetzt auch gar nicht so genau wo es weiter geht Muss ich zugeben Also du kannst hier links drauf vorbeifahren Achso Achso Ich bin immer wieder professionell wie immer und hab mein Handy nicht auf lautlos Aber jetzt kein Ghost mehr Finde ich ein bisschen brechig Warte mal Warte mal erst recht ey kann ich hier nicht die geile Sprungstraße benutzen Wuuuuiiii Geil Oh da hängst du ein bisschen fest kann das sein Sehr gut Viel schneller Scheiße Nein Ach was mach ich denn Was tun Was tun Was tun Was tun Hast du hier den frischen Ghost geholt Ja Das mach ich auch mal eben Meiner ist nämlich auch schon ganz schön abgefuckt So Boah Von hier Die dem ausgewichen ist Frech Ich erwisch den aber jetzt Bähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähä Wuuuii ist der geflogen Alter ich auch Aber jetzt geht es wieder richtig los mit der Rückelei Da sind halt richtig viele Döse Bubis Da geht einfach nichts rum Alter, der hat mich schon wieder kaputt gecharged Ich hasse die Viecher Die Apes, ne? Das stimmt nicht Da kommt der Da kommt der angerannt wie so ein Verrückter Ich hab schon Peter lieber machen Dann kommt der nächste Er schmeckt nur mit Donaten Der andere auch So Hat er deinen Ghost eigentlich zerstört? Ja Ein Stinker Haben wir den Ghost zerstört, den ich hier stehen habe? Ne Was ist denn ein Gegner? Da oben, ja Jetzt nicht mehr Boah, geil Ab geht die wilde Fahrt Oh ja Wisst, ich hab die Rampe verpasst Die Rampe Oh, die hier Boah, Alter Da vor dir ist direkt eine Apes Oh, hier sind lieber ganz viele Apes Ja, vor mir sind drei Stück Zwei, einer Irgendwer fährt die ganze Zeit an Jetzt hätte ich mich getötet Boah Alter, hier ist ein fetter Tank Ach, der war das Ja, genau Die werfen von oben die ganze Zeit Granaten Oh, kaputt Alter, Vater Da hätte ich dich jetzt aber gerne lieber dabei Da hätte ich dich auch Das ist ein bisschen crasht da Du hast nur noch einen Flügel Wie der da hängt, voll geil Ich werde doch besnipert hier Lass mal erstmal ausschalten Der ist echt ein Scheiße Alter, dass ich da nicht überhaupt so lange durchgehalten habe Ist voll krass Jetzt hat er auch wieder mit mehr Glück Als Verstand zu tun, wahrscheinlich Oben sind auch so Granatmenschen Jetzt ist er im Rage-Mode Jetzt ist er im Rage-Mode Er ist im Rage-Mode Er kommt da an Ah, sehr gut Jawohl Jawohl Ich musste hier noch was zu fahren Ja, da ist schon wieder der nächste Guck mal, hier ist so was zu fahren Aua Nicht von mir wegfahren Ja Da ist ein Tank Ah, wie cool Das ist ja sogar richtig animiert Jetzt kannst du da theoretisch eine Granate reinwerfen Oh, ja Doch Echt? Eine mindestens, glaube ich, oder? So, jetzt müsste es gehen Hahaha Mein Brave Aua Ich glaube, es ist Sniffer gewesen, ja Wo müssen wir denn jetzt hier? Ich überlege gerade auch Hier unten unterdurch? Ich denke ich ja schon Ich weiß, dass da oben, über der Brücke, wo du gerade drunter durchgefahren bist, da war eine Tür Können wir hier noch gegner sein, denn ich habe eine Platte gemacht Kommt schon wieder so ein Ape, wo du da gesperrt hast Wissen wir Weiß ich nicht Der sieht zu klein aus Oh Gott Oh Gott, der kommt direkt auf den Zug Das ist klar aus Muss man wohl hier hoch, oder? Wahrscheinlich, ja Da endet schon die wilde Fahrt Ach, Mann Ach, 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 hey Ach, hey Oh, Crazy Ape Crazy Ape Ah, Crazy Ape Nice So, hier links die Tür meinte ich jetzt Der hat bestimmt Sonne in seiner Truscher gehabt Back, 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 back Crazy Ape, Crazy Ape Er ist bestimmt wieder total gewollt, dass ich hier mit meinem Ghost durchfahre Der hat auch schon einiges mitgemacht Ey, wenn der mal kaputt geht, dann bin ich trauer Geh hier ab Werde wieder aufgepowert Was ist denn hier los? Oh ja Ich glaube, jetzt kommt ein Fight, Peter Ganz ehrlich Moment Weil das allerdings auch geil ist Wenn du jetzt den, äh, den Ghost mitnehmen könntest Ja, mach ich ja auch Ich habe erstmal eine Shotgun Das heißt, es kann nix schief gehen Oh, Granate Oh, Aua, links sind noch zwei Keine Ahnung Doch einer, ein Crazy Ape rennt da Mich wird schon wieder besnipert Oh, guck mal Nein Granate Nein, 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 nein Oh Gott, oh Gott Oh, ich hing Ich wäre fast runtergefallen Das wäre aber schade gewesen In der Tat Oh, guck mal an, dieses Fahrzeug Das ist für mich Alter Ich glaube, dein Fahrzeug ist noch nicht zerstört Doch Ich bin nicht so hundertprozentig sicher Boah, jetzt sind noch meine Waffen weg Guck, der hat nämlich sich jetzt jemand anders genommen Hütten mich alle da Ist aber plattgefahren Perfekt da Oh Jetzt werden wir aus unseren Dingern rausgeholt Wir haben noch gar keine Siehst du doch Wollen wir jetzt sagen, der sieht den nicht, oder was? Bei den Ringen Gebieter Die Räte sind sie Ermordet Von den Brutes Diese treulosen Bestien Die Propheten hätten ihnen nie trauen dürfen Oh Was oder Olaf 1 2 2 3 7 9 Vielen Dank.